Ah, besonders gefällt mir da, dass es mal das Gegenteilige ist von dem, wie ich sonst arbeite, wenn ich ins Studio gehe. Für mich ist das quasi wie eine Kur, weil, wenn ich ins Studio gehe sonst, habe ich die ganze Zeit vorher darüber nachgedacht, was jetzt passiert. Da muss ich dann jedem Musiker sagen, was er machen soll und anders machen soll oder mir selber und dann da rumfummeln und dann, ah, das läuft nicht so und ich stelle mir das aber so vor, ich will das so haben und dann dauert das ewig. Und selbst wenn das dann zu Ende ist, wenn ich nach Hause gehe, denke ich die ganze Zeit darüber nach und nehme das mit ins Bett sozusagen, träume am besten noch davon, gehe da wieder am nächsten Tag ins Studio, habe das die ganze Zeit im Kopf und das beschäftigt mich. Wenn ich synchron spreche, dann denke ich überhaupt nichts. Ich komme einfach wie so ein Fabrikarbeiter zur Arbeit, sage, moin, setze mich hier auf diesen Stuhl und dann habe ich da so Texte und dann erzähle ich die und dann sagt der Regisseur, nee, mach mal bitte so und nee, mach mal noch ein bisschen mehr traurig und dann mache ich das, ja, super, so. Und ich muss mir keinen Kopf machen und dann, wenn ich den so und so vierten Tag fertig habe, dann ist Feierabend und dann wird das Buch zugeklappt und dann fährt man nach Hause und hat nichts im Kopf, was man irgendwie mit nach Hause nimmt und das ist ganz toll und entspannt. Und dann wird das Buch zugeklappt und dann wird das Buch zugeklappt.